Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusflug zu lernen. Wirklich? Interessant. Eigentlich wollte ich schon Feierabend machen, aber... Ja, denke ich mal nach. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Turms sind seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Okay. Versuchen wir es mal. Da ist noch Knochen, vielleicht reicht das schon. Natürlich nicht. Okay, es sind keine weiteren Knochen. Aha. Nein, 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 hat es tatsächlich getan. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Ha. Hier. Na dann. Und weiter, hier. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Aha. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusflug. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperiusflug lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Wo kennst du den Imperiusflug? Das bringt der so Fluch mit sich. Wo hast du den Imperiusflug gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Omenes nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Ähm. Nein, der Imperiusflug funktioniert nicht wie der Explosionszauber. Absolut nicht. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplett. Der Zauber ist komplett anders. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Der könnte nützlich werden. Jetzt kämpft die Schwindel auf unserer Seite. Und wer hat sich nicht dagegen besiegt zu werden. So funktioniert der Imperiusflug und Zauber. Das war ein Explosionsflug. Das war ein Problem. Falsch beschrieben. Noch eine Barrikade? So gut, wie ich mich das letzte Mal geschlagen habe, wird das ein Klacks. Das ist gut, wie ich mich das letzte Mal geschlagen habe. Ja. Sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Okay. Ach, nö. Das ist schon ein bisschen. Okay, wir müssen das in einer bestimmten Reihenfolge machen. Ist das, ähm... Das. Und die Tür zu öffnen. Passt das schon? Okay, das drückt dich an und den Kreis. Oh, eine verschlossene Tür. Ja, hier. Erst die Treppe und dann den Kreis. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Wo kommen die Knochen her? Das hier ist ein Grab. Wo kommen wo die Knochen her? Von toten Leuten. Die Knochen, die mich an diesem Ort so fasziniert hat. Jetzt haben wir einen Kompagnon. Das hilft keinem. Bingo! Die Spinnen. Bingo! 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 eine große Spinn auf unserer Seite. Könnte hilfreich sein. Ach du Kacke. große Spinn ist auf unserer Seite. Kacke. lässt sich jetzt in einer Ruhe abschlaften okay wozu das jetzt okay es setzt sich vor mir im Pyrrhus flucht und laufe breit ich fühle ein Gerücht einen Moment lang dachte ich das hört nie auf eine spinne die sich vom Pyrrhus flucht befreit das muss eine sehr intelligente spinne sein schaffen menschen nicht das Relikt bringt ungeahntes Potential seine Möglichkeiten können nicht nur die Welt der Zauberei von Nutzen sein sondern der ganzen Menschheit aber das dunkle Opfer das nötig wäre um seine Funktion zu enthüllen ist kein kleines wird das Relikt nicht entfernen bis wir mehr wissen um okay ist das möglich der Eintrag und die Darstellung des Relikts es passt hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben unglaublich endlich passt es zusammen wir haben es gefunden was glaubst du bedeutet das mit dem dunklen Opfer das Potential des Relikts zu enthüllen keine Ahnung aber wir sind wegen des Relikts hier und wofür brauchen wir das Relikt nochmal wir sollten aber die Finger davon weglassen oder nicht wofür brauchen wir das Relikt ist mir noch nicht ganz schlüssig Schwesterzwein angeblich ja wir wissen wirklich noch nichts über das wir wissen noch nichts über das ich hab ich hab schon nach der zweiten Prüfung gesagt wir wissen noch nicht was da was was das was die Gefahr davon ist das wäre wirklich echt nähe im Eintrag wird geraten das Relikt nicht anzurühren ich versichere dir dass wir das finden sollten für Anne ich nehme es bringen wir es nach Feldcroft ich muss das Relikt geheim halten vor allem vor meinem Onkel ich kann ihn nicht unter den Pyrosflug stellen ich werde zu zwingen das das Relikt zu hier zu lassen ah wer steht denn hier ist das Ominous? Ominous die Geräusche die wir hörten das was du die keine Waren ich musste euch folgen Sebastian bitte lasst das Relikt in Ruhe wir können Anne sicher auch anders helfen es tut mir leid Ominous aber ich nehme es ich find's ich find's zu riskant wenn du es nicht zurücklegst mache ich es hört auf alle beide bitte Sebastian jetzt beruhige dich gut aber Ominous weiß dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke wie viel hast du mit angehört alles gut dass du Sebastian gesagt hast er solle die Finger vom Relikt lassen wir müssen zusammen und Sebastian davon überzeugen dass das falsch ist und wenn nichts seine Meinung ändern wird es muss etwas geben ich brauche deine Hilfe Sebastian hat nicht recht wir müssen mit das ist ohne die Gefahr die davon ausgeht zu kennen du hast recht das scheint alles viel riskanter zu sein als Sebastian denkt gut wir sind uns einig wir lassen nicht zu dass er das Relikt mitnimmt ich glaube wir sollten mit ihm reden aber ich befürchte es hält ihn nicht davon ab das Relikt zu nehmen was schlägst du vor ich schlage vor wir verhandeln wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen das ist zu gefährlich das ist halt für sehr zu gefährlich nein die dunklen Künste wirken ungefährlich bis es zu spät ist dann geht nehmt euer Relikt mehr sage ich dazu nicht ich hoffe ich bereue das nicht Sebastian wir sind soweit was ich habe meine Meinung nicht geändert Ominous schon gehen wir was Ominous ich erkläre es unterwegs komm ich glaube nicht dass der sich so leicht Sebastian sich für abhalten lässt und ich halte das für sehr gefährlich dass wir das mitnehmen das ist echt halte ich für eine dumme Idee És dass es Ich nehme eine vor die Füßen. Das ist doch unsere Spönne. Bingo! Mach mal wirklich auf uns nicht ganz. ein mega power type noch mehr spinnen wir kommen da jetzt durch ist doch eine sandkasse hier oder und was habt ihr besprochen und ich haben uns geeinigt ich habe ihm gesagt wir sollten dir diese chance lassen was das relikt zu wichtig ist da muss doch mehr dahinter stecken sag es mir wir haben uns geeinigt sebastian ich wollte das nie vor allem ist geheim halten er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht dass er sich widersorgt die alle zu öffnen ist verlockend ja aber ich muss hier erst mal ums wenn man prässt auf diesen beton Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Ein paar Pilze. Wenn wir nach Felcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrügen. Ich hoffe, wir werden das nicht bereuen. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Oh, Kacke. Verteilige Feldkopf gegen One-Obs-Anhänger. Ja, das wird klar. Wir werden den Einsatz von dem nicht bereuen. Ich bin dagegen, Seirich. Ich bin dagegen, Seirich. Ich bin dagegen, Seirich. Ich bin bloß meiner Seite, Sonny. Geht von dir! Na ja, komm! An mir kommt keiner vorbei. Oh dear. Und hier geht's! Oh dear. Das ist das Böse am Empires Fluch. Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von mir. Von uns alle. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Es war nicht viel Zeit zum Handeln, aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt. Mehr nicht. Ich bringe meinen Oral so eingesetzt. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen. Mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, ich bin auch nicht ohne Sturz. Es ist besser, wenn ich erst mal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Ich muss gleich wegpacken. Den Fluch. Ich muss gleich wegpacken. Ich muss gleich wegpacken. Wir können das Geld gebrauchen. die Fluch können. ich sage ja immer. Reisen erweitert, den Horizonten. Was dachte er sich nur? Verzeihung Mister Salon. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen!. Sebastian mag leichtsinnig gewesen sein, aber er wollte Anne retten. Aus Instinkt? Mit einem unverzeihlichen Fluch? Unsere Familie benutzt keine Nachzumachen. Ja, manchmal. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Ich würde sagen, in diesem Fall. Was du Sebastian's Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. In diesem Fall war das... Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian? Um Schatten der Zeit. In diesem Fall, ich weiß nicht... Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurecht käme? Dann könnte ich den irgendwie echt gut hören, ja. Ich meine... In diesem Fall war das... Es war falsch, aber... Darf ich nur mit ihr sprechen? Nee, darf ich nicht. Ein Brief... Von Ansel und Sebastian. Ah, ja. Wo ist der Brief, den wir gerade eingesammelt haben? Würde ich gerne mal lesen. Ja. Lesen wir später. Manchmal muss man das Falsche aus den richtigen Gründen machen. Es war falsch, natürlich. Ohne Frage. Okay, wo ist jetzt der Auftrag? Ein Schatten der Ferne. Ich glaube, das ist der nächste Auftrag schon. Wisst ihr was? Ich würde das mal an dieser Stelle... Ich würde es an dieser Stelle mal pausieren. Es ist schwierig, und es macht Sinn, dass die Quest solche Moraldinge hat. Ja. Es ist eine Frage der Moral. Und meine Meinung dazu ist... Weder ja noch nein. Es ist selten ja noch nein. Wenn das an Menschen einzusetzen, den Imperiusflug, fand ich absolut nein. Würde ich sagen, auf keinen Fall. Da würde ich sagen, das ist Falschesis. Wenn das Sebastian machen würde, würde ich sagen... Wenn er den Fluch an seiner Schwester eingesetzt hat, oder an seinem Onkel, der hätte ich gesagt... Verpiss dich, du Sack. Das ist... Da bin ich auch... Ich bin auch gespannt, wie ich auf Interest reagiere. Also ich würde sagen... Also von meinem Standpunkt aus würde ich sagen, gegen den Menschen niemals. Gegen Kobolde... Schwierige Sache. Gegen Spinnen hatte ich auch keinen Skopel, Kruzio und Imperio einzusetzen. Spinnen, da bin ich da... Das ist ein... Wie ein Käfer, Spinnen und so weiter. Mag auch ein bisschen verwerflich sein, aber da sage ich, let's go. Ähm... Gegen die Kobolde, die dich angreifen, gegen die Gegner, die dich angreifen, schwierig. Schwierig, aber durchaus, um die Schwester zu retten, auf jeden Fall. Nein, nicht auf jeden Fall, aber... Also schwierig, aber... Verzeihlich. Also das ist der Punkt, verzeihlich. Da ist der unverzeihliche Fluch mal verzeihlich. Nicht gut, also das war keine Heldentat. Und darüber reden wir nicht. Das war keine... Das war keine Tanzleistung. Dafür kriegt er keinen Applaus. Aber... Wilderer würde ich nicht, das... Absolut nicht. Das wäre für mich, das würde so weit gehen, an einem... Mit einem Menschen, an einem Wilderer, auf gar keinen Fall. Das würde ich da... Ich sortiere die auch aus den... Aus den Nutzsachen draus, also aus dem... Ich setze die nur ein, wenn ich finde es irgendwie... Ich habe es auch ein paar Mal in die Kobolde eingesetzt. Ich glaube, einmal habe ich es nur eingesetzt. Es ist... Ja... Ist eine... Kann man länger darüber diskutieren. Machen wir aber heute nicht mehr. An dieser Stelle. Speichern wir das Spiel mal. So. 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 So.